Mordor Schatten des Krieges Diesmal wieder eine Herausforderung stellen Und das wird die Herausforderung sein Test der Macht Und im Test der Macht geht es darum Dass du innerhalb von 30 Minuten Drei Häuptlinge Das sind also die obersten Chefs Und fünf Hauptmänner Töten sollst Ich habe es jetzt schon 2-3 Mal probiert Ich bin immer so bei 33, 35 Minuten gelandet Ich habe es bisher noch nicht geschafft Also würde ich sagen Drückt mir die Daumen Denn am 10. Oktober beginnt Mordor Schatten des Krieges Und ich will ja darauf vorbereitet sein Wenn ich für euch live streame So und dann switchen wir gleich mal rein Ins Spiel In die Kriegsprobe So und Nebentester Macht Eine neue Probe Alle anderen haben dann gelöscht Das ist klar Und wir sind drin Auf geht's Gucken wir uns gleich mal Saurons Armee an Bang Und auf die Karte Weil die Zeit zählt Extrem schnell runter Auf der Karte Was haben wir denn da Das ist alles Weit weg Hellenbogen schützen Das machen wir als allererstes Ja Dann auf geht's Lassen wir's knacken Ich sag dir Wenn du einen Grauk zähmen willst Brauchst du mich So auf geht's Tod aus weiter Ferne Treibt den Häuptling hervor Ein paar Pfeile haben Ist immer gut Schön Jetzt kommen schon eine ganze Menge Das wollte ich nicht Super Voller Bruder Alarm Ich hab dich doch erwischt Oder dran vorbei Wieso erwisch ich den nicht Die Einfallläufer Ich hab dir gerade etwas gehört Auch ein Elita Hauptmann Das läuft Was du kannst anhören rush 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 rsh rush 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 r�� rł Ich hab keine Pfeile mehr. Der ist es nicht so schön. Wo ist er hin? Der hat Furcht vom Grabhahn. Ja, ja, gleich. Nochmal, komm. Schnapp dir. Hab mal Nummer eins. Da kommen sie alle hoch. Na dann, lass uns kämpfen, Jungs. Oh. Hallo? Das nennt sich Schild! Okay, das dauert eindeutig zu lange. Wir müssen neue Herausforderungen finden. So. Lust, ein paar Berserker zu töten? Ich schon. Komm raus, Schätzchen. Hallo, Plätze. Ohne Bauern bleibt der König schutzlos. Töte die Wachen des Häuptlings. Jetzt rennt der schon wieder raus. Jetzt einen roten Schild. Messen Sie? Hahaha. ja so fern der Heimat wirst du nichts als einen einsamen Tod finden ach ja du blutest schon ja mal Junge, du stirbst jetzt mal endlich. Junge, du stirbst jetzt mal endlich am Leben. Kümmern wir uns um ihn. Bitte darum. Ja, nur aber, komm. Junge, du stirbst jetzt mal endlich. Du bist jetzt tot. Junge, du stirbst jetzt mal. Du brauchst mal feine. Da kommt er. Ja. Ha, 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 ha. Na komm. Okay, wir machen uns mal Freunde. Oh, jetzt hab ich auch gut kassiert. Ja. Ja. Machst du etwas grog, bevor ich dich aufschlitze? Ja. 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 her ah 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 Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, wir werden mal wieder Plan B machen. Wir haben echt viele hier schon wieder. Du gehörst mir! Du gehörst mir! Du gehörst mir! Kannst mir nicht drehtun! Wir haben abgehakt! Wir haben hier mit der Skirche! Das nenne ich ein Gemetzel! Ja! 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 Wir werden dich langsam töten und dich knabe immer noch! Bleib da! Das wird wieder echt knapp, Jungs. So, wo ist der bei dem ganzen Gauss? Hallo, guck, guck. Da hinten. Ah, hab ich von hinten eine gekriegt. Oh, die Laute, die dein süßes Weib von sich gab. Selbst im Tod werde ich das nicht vergessen. Oh, Fehler. Großer Fehler. Mann, was für ein Chaos. Hier ist doch gleich was. Da. Hallo, so wolle ich nicht. So. Seid ihr bereit für eine richtige Armee, Maden? Der Wuch, Dicke. Ich gehorche niemandem. Ich töte dich wie jeden anderen, der sich widersetzt. Nicht flüchten. Ja, ja. Ist schön. Ich will aber zurück. Hallo. Du bist aufwärmlich. Greif den Unterstützer. Greif den Unterstützer und lass den... Nee. Das ist... Ich will ja Kinder. Hilfeschrei, das dauert doch viel zu lange. Das können wir machen. Auf Eil aufladen. Ich habe gehört, die Elben könnten Schwerter anfertigen, die so scharf sind, dass sie durch Stein schneiden als wäre es Fleisch. Ich reiß dir die Augen raus und du heilst Blut. Weniger bla bla bla. Mehr schlagen, stechen, töten. wenn die Elben Expedition ist, Entschuldigung. Eine Leihung. Eine Leihung. Eine Leihung. Eine Leihung. So viele sind nicht mehr da. Oh man, da habe ich volle Bruder erwischt. Nicht quatschen. Komm, der Krieg ist noch. Komm, der Krieg ist noch nicht mehr da. Nicht quatschen. Nicht quatschen. Ich habe keine Weile mehr, verdammte Axt. Du sollst nicht abhauen, Mann. Italien, lauf, lauf. Man, das sind wir da, Klaners. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Dein Tod ist... Mein Tod ist... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, das ist aber wahrscheinlich der Arschweig weg. Karagor kommt zu Papa. Ich soll den seine Wieste befreien. Da kommen sie zu hoch. Hallo? Moment! Moment! Oh, das ist der Herbe. Sehr gut! Der bringt gleich vier mit. Halleluja! Das sind meine Karagor! Nimm deine dreckigen Finger von ihnen! Nein, das ist Plätze. Auch! Okay. Zähne putzen, Junge. So. 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 Ja, das kriegt man doch gepackt in Gäste noch Jawoll, das läuft doch Da ist er, auf ihn Holen wir uns Hork noch Du bist tot Ich Na bitte, probier's aus Ah, das ist ein Monster, vielleicht doch Nicht lüchten, du bleibst hier mal raus Na komm Jawoll Check 26 Minuten Na halleluja Aber keine 8000 Fugt erreicht Oh, Silber, jawoll Okay, meine Lieben Das war's erstmal für heute Oder für heute nicht, vielleicht Gehe ich heute Abend nochmal live, ich weiß noch nicht Vielleicht machen wir auch einen anderen Test Zum Beispiel auch Endlose Herausforderung Oh, das wollte ich gar nicht anfangen Also Meine Lieben Äh, ich Ja, nee Ich danke euch fürs Zuschauen Macht's gut Und wie immer Bleibt gesund Bis dahin Horido Joho Joho